Am Schlagzeug, ich gehe jetzt einmal zur Seite, haben wir Christoffer Hafer und an der Gitarre Dirk Baranowski und an der Technik haben wir auch keine Kosten und Mühen gestreut, Martin Dickhoff. Okay, nächste Nummer, fuhren wir mal ein bisschen Don't Look Any Further, das ist eigentlich so eine Disco-Nummer, aber wir machen die mal so ein bisschen bluesig, ein bisschen ruhig. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020